Lasst mich in Ruhe. Jetzt dürfen wir ja auch noch die ganze Satellitenanlage zusammenbauen, oder wir sind nicht so bald Fernsehrauschen. Na, Ameisenfußball. Oh, diesmal sieht es aber gut aus. Oh, das ist ein sehr gutes Spiel für die Weißen. Ja, definitiv, da gewinnen die Weißen. Man sieht das von vornherein schon. Viel aggressiver auf dem Feld. Das gehört, das reißen die Weißen weg. Hört die Schwarzen. Das erkennt doch jeder. Hey, du sollst das Ding schon nehmen? Nicht draufschlagen. Na. So, jetzt haben wir mal das Reißen-Warrig hier eingestellt. Das ist aber ein scheiß Programm. Oh. Arschloch, was hast du in einer Glotze zu suchen? Und auch noch rauszukommen? Ich habe mich erschrocken. Nicht wirklich, aber bestimmt sie. Das ist nicht meine Schuld. Dann muss ich ihn einfach plätten. Hast du gedacht, ich springe da rüber, wa? Das hast du gedacht. Das hast du gedacht. Aber nee. Was willst du? Was willst du? Was willst du? Hä? Hast du Stress? Oder was? Hä? Ich gebe dir jetzt mal eine, du. Ah. Jetzt kriegst du aber eine sowas von drauf. Sei froh, dass du jetzt nicht. Na. Ich will dich aber schlagen. Na. Wieso klappt das nicht mehr? Ich kann ihn nicht mehr schlagen. Das ist mies. Ich hätte ihn so gern verprügelt. Dreckst du auch. Gut. Tja. Da gehe ich jetzt nicht mehr auf dich. Du bist mir zu blöde. So. Autsch. Ey. Geht's noch? Mann. Lass mich hier in Ruhe einbauen. Ja. Nicht aufregen oder so. Ey. Du hast angefangen. Lass mich hier nicht mal in Ruhe einbauen. So. Ich achte gar nicht auf dich. Du bist blöd. Ich bin auch nicht mehr hier in Ruhe einbauen zu lassen. Ha. Dreck gelandet beim demnächsten Sender. So. Und rein da. Ey. Irgendwie. Wirkst du ein bisschen verloren gegangen. Na egal. Dann laufen wir mal weiter. Ich muss nicht auf ihn reagieren. Ach. Geh mir nicht auf den Sack, du Arsch. So. Ich lass mich da vorbei. So. Mein Gott, ey. Soll ich dir was sagen? Du kannst mich mal. Haha. Stinkefinger, Ari. Kannst du mich mal. Ja. Und schon bin ich wieder frei. Haha. Klingt das nicht ein bisschen komisch? Aber schön. Dieser blöde Stalker. Der kriegt mich hier oben so schnell nicht mehr. Hey. Nicht schon wieder das weiße Entführerlicht. Na. Wieso entführt mich das immer? Huh? Du bist hier irgendwo gelandet und kein Schwein weiß wo. What's this place? Im Nachhinein weiß man schon wo, aber zu einer anderen Zeit. Nicht rumheulen. Einfach suchen. Das ist bloß eine Katzchen. Die geht auch ganz schnell wieder vorbei. Da brauchst du ganz chillig nur bleiben. Ehrlich. Nur ganz, ganz chillig. Ob die diesmal wieder was anderes zu labern haben? Ey, ich frag die mal. Oh. Oh. Na, ich wollte grad sagen, ey. Dreimal derselbe Spruch wäre langweilig. Hm. Die haben ja wenigstens immer mal was anderes zu reden. Willst du aufs Maul oder was? Hä? Du kriegst ja gleich eine. Na. Na. Wollt ihr alle was oder was? Hä? Ihr kriegt ja gleich sowas von einer aus dem Maul. Voll unfreundlich. Ich mein, nur weil ich hier eine Dame bin, heißt das nicht, dass ich euch nicht eine klatschen kann. Haha. Ey, das war jetzt sehr abrupt bremsend. Ich wollte hier grad durchlaufen. Ui. Das bringt irgendwie voll den Spaß. Und so kann man sich öfter fortbewegen. So. Dann lass uns doch mal schön hier rüber gucken. Ha. Ha. Da brauchen wir nicht mal mehr auf die Leitern achten oder sonst was. Ich bin der next Spider-Man hier. Wiii. Ha. Oder Hammer-Man in dem Fall. Anstatt Spider-Man. Naja, Hammer-Woman, ne? Wollen wir mal nett sein. Yay. Ich weiß sonst grad nicht wohin. Also rein da. Ui. Dann lass uns doch mal hier rennen. Und den Fleckchen hier kennen wir ja. Hey, da hinten steht ja jemand. Fragen wir den mal, wo wir hier sind. Haha. Haha. Und sauber in die Katzen sind so reingesprungen, ey. Oh, niedliche Tierchen. Niedlich. Aber diese ganzen Schaus können wir später sowieso nochmal sehen. In dem Sinn, ich zeig's euch später nochmal. Zum Ende hin oder so. Kann ich euch ja ein bisschen den Schaugarten kurz zeigen. Ob ich bis jetzt das Spiel auch gut gehe, das weiß ich nicht. Na ja, hab ich das gut gemacht. Das kann ich nicht übersetzen. Hm. Oh. Wo kommt das denn jetzt plötzlich mal wieder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall bist du... Ja, bist du beschlafgewandelt anscheinend. Oh my. Ich muss raus aus diesem Ort. Hm. Ich mein, du bist immer in so einem schicken Ort schlafgewandelt. Weil du ins Schwimmbad. Was mich doch ein bisschen wundert. Aber jetzt können wir mal hier raus. Ich? Ich will nirgendwo sehen. Gar nichts. Ich will mich nur auf dem Schiff umschauen. Das ist ein richtig hübsches Ding. Das will ich auch mal von außen weg. Wieso nicht? Ha. Jungs, der kommt echt rechtzeitig. Wirklich. Das hätte echt keinen besseren Zeitpunkt geben können. Was willst du? Ey, lass den Vogel in Ruhe. Der ist cool. Irgendwie. Oder so. Praktisch, was der nebenbei sich mal so rumträgt, der Vogel. Ne? Man denkt, das wäre einfach nur so ein Saphir. Nein, das wäre schon ein Chaos in der Welt. Hey. Mach das nicht. Nicht ihm wehtun, okay? Der hat mich freigelassen. Der ist cool. Der ist ein guter Kollege. Lass das mal. Bitte. Was dürft ihr nicht tun? Der war nett zu mir. Nein, du darfst das nicht. Also, vergiss es. Das darfst du nicht. Nein, der war nett. Und wenn er nett war, dann gehe ich nicht aus dem Weg. Das darfst du nichts tun. Ich meine, welcher Roboter befreit mich aus dem Knast. Und das, obwohl ich noch nicht mal eine sonderlich emotionale Rede gehalten habe. Ich glaube, ich lasse ihn dann gehen. Okay. Wirst du gerne mal was da so kaputtgeknallt ist? Oder haben wir doch beim Durchqueren des Maschinenraums was kaputt gemacht? Was ist denn jetzt schon immer wieder los? Was ist denn jetzt schon immer wieder los? Das wäre ja irgendwie ziemlich nett, wenn du mich mal eben hier runter springst von dem Teil, das hier so absinnt. Wäre sehr, sehr nett. Oder komm halt mit. Dann fliege ich bei Tails eben mit, dass wir hier runterkommen. Oder so halt. Gut. Dann kommt er halt schön brav mit. Hauptsache runter von dem sinkenden Vogel hier. Hm. Das war's mit seiner tollen Festung, ey. Die ist ganz schön schnell erledigt. Naja. Wenigstens haben wir einen schönen Sonnenuntergang. Schönen Orange. Hat doch was oder findet ihr nicht? Naja, mit dem scheiß Verkehr halt. Der macht aber auch wieder Lärm, ey. Oh, bis dann jetzt. Schön, dass der mich wegen sich hier runtergelassen hat. Ach, Sonic geht's gut. Dem passiert nie was. Klapp der Locker. Aber das kann ich ja nicht wissen, ne? Hm. Also für mich hin, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Beziehungsweise... Wo ist der Robert ein? Oh, hübsches Milderlorn. Deine Familie oder wie? WTF? Wir müssen jetzt nochmal zu Eggman. Na gut. Wenn es so ist, dann lass uns Eggman suchen. Und dann immer Familie befreien. Wir schaffen das schon irgendwie. Ne, wir dafür halt die Bahn. Zum Glück fährt die Bahn auch nachts. Hm. Glück gehabt. Gerade die letzte Bahn noch gekriegt. Tja. Wo wir wohl hin müssen. Ich hab da so eine Idee. Wir suchen einfach am schlechtesten Ort für eine Festung. beziehungsweise am versteckten Ort. Also wieder unsere Selfmade-Bahn. Und dann lass uns mal da hinten hin. Und natürlich weit über den Dschungel rüber. Scheiße. Hat fast geklappt. Ui. Eine Skulptur, die sich ausfährt. Da kann man mal sehen, wie viel Erde sich hier angehäuft hat, ey. Oder wie weit das Teil eingesunken ist, in dem Fall. Na, dann lass uns mal hier rüber. Ich denke mal, da werden sie wohl drin sein, oder? Ich hab dir ja nachgefolgt. Du weißt ja, wo die sind. Hm, I don't remember this bridge. Ein bisschen neu ist das Ding wohl. Dann lass uns da reingehen, wenn's verdächtig ist. Wanna go? Ja. Lass uns rein da. Wer weiß, was uns drin erwartet, könnte ja auch eine Party drin stattfinden. Nicht wirklich, aber man kann's ja versuchen. So, müssen wir den jetzt rüber. Auch nicht schon wieder die Scheiße. Ich hasse dieses Ding. Ich hasse das. Ich hasse es. Ich hasse es. So. Jetzt einmal hier. Verdammt. Das ist mobbing. Das ist mobbing. Das ist mobbing.